Herr Plank, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier Platz. Ich muss Sie belehren. Als Zeuge müsst ihr hier natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Kilian Plank, 19 Jahre alt, wohnt in München, ledig. Schüler der 12. Klasse Gymnasium, nicht verwandt oder verschwägt mit dem Angeklagten. Das stimmt. Ich kannte ihn nur über Markus. Waren Sie in der Nacht vom 4. auf den 5. April auch auf dieser Party in diesem alten Bunker aus dem 2. Weltkrieg bei Weitenling? Ja, ich war auch da. Als das mit Markus passiert ist, war ich schon lange wieder weg. Haben Sie sich auf der Party auch mit dem Angeklagten unterhalten? Auf der Party selbst haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Meine Eltern hatten am nächsten Tag Hochzeitstag und wir waren in einem Gasthof essen. Vor der Tür bin ich Roland direkt in die Arme gelaufen. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Die Situation war total seltsam, weil er wirkte total fertig und gestresst. Er hat dann auch direkt gefragt, wie die Party am Abend vorher noch verlaufen ist. Und was haben Sie denn dazu gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, was mit Markus passiert war. Ich habe dann halt gesagt, er solle Markus einfach selbst anrufen, weil er hat die Party ja auch gemacht. Und ich wollte auch einfach wieder rein zu meinen Eltern, weil wir halt essen wollten. Hat er denn gesagt, der Angeklagte, dass er sich mit dem Markus 3 in Verbindung setzen würde? Er meinte nur, er könne ihn halt jetzt nicht anrufen und ich solle ihm halt schnell erzählen, was irgendwie am Abend passiert war. Und er hat dann halt gesagt, dass Sebastian und Markus diesen Streich gespielt haben, irgendwie uns eingesperrt haben und das total lustig fanden. Aber alle anderen natürlich nicht und ja, dass die Party dann quasi vorbei war. Aber also so wirklich interessiert hat ihn das nicht. Was wollte er denn dann genau wissen? Er wollte irgendwie wissen, ob Markus uns irgendwas erzählt hat. Und ich habe ihn auch gefragt, worum es denn geht. Aber er meinte, das könne er mir nicht sagen. Und ja, da wusste ich auch nicht so wirklich, was ich ihm erzählen soll. Also es war total komisch, weil ich habe ihn irgendwie als total lockeren Typ kennengelernt. So easy going, alles immer ganz relaxed und ja, an dem Tag war er total komisch. Und dann ist er auch plötzlich einfach gegangen. Ich glaube, dass der Bauer deswegen so aufgeregt war, weil er natürlich als einziger wusste, dass er den Herrn Drein nicht mehr selber fragen konnte. Weil der nämlich schon tot war. Aber sie wollten natürlich trotzdem auf Nummer sicher gehen, ob der Herr Drein entgegen seinem Versprechen vielleicht nicht doch am Abend irgendetwas über sich erzählt hat. Über ihre Vergangenheit, Herr Bauer. Natürlich, Herr Staatsanwalt, war mein Mandant besorgt, Markus Drein könnte jemandem davon erzählt haben. Aber er konnte trotzdem nicht wissen, dass Markus Drein schon tot ist. Herr Blanke, jetzt haben Sie erwähnt diesen Streich da nachts mit dem Licht, das plötzlich ausging und im Sturm. Das hätten manche lustig gefunden und manche gar nicht lustig. Wie hat es denn mit der Jette ausgesehen, mit der Jette Neumann? Wieso das denn? Jette hat doch gar nichts gemacht. Hat doch niemand behauptet, oder? Dort haben Sie die Frage nicht beantwortet. Fand Sie es lustig oder nicht? Klar, Sie fand es nicht lustig, aber Jette ist wirklich direkt nach Hause gegangen. Ich habe sie selbst noch nach Hause gebracht. Die Party war vorbei und wir sind direkt nach Hause gegangen. Ist ja gut, Herr Blanke. Wir haben schon verstanden. Ja, ich will einfach nur klar machen. Jette hat einfach nichts gemacht. Sie nehmen sie in Schutz? Ja, natürlich. Sie ist ja meine Freundin. Was heißt Ihre Freundin? Wie gut sind Sie befreundet? Ja, sehr gut eben. So gut, dass Sie sie auch in Schutz nehmen würden, wenn sie tatsächlich etwas getan hätte? Ach, um Gottes Willen, natürlich nicht. Wenn Sie zum Beispiel sich für den üblen Streich, den ihr Markus Drein gespielt hat, revanchieren wollte und dabei etwas schief gegangen ist? Nein. Wirklich? Wir haben nichts getan. Ja, und außerdem war es Kilian, der mir gesagt hat, wo ich Markus suchen soll. Hätte er denn das getan, wenn er was zu verbergen gehabt hätte? Was genau haben Sie denn der Frau Drein da gesagt? Ja, ich habe ihr natürlich nicht direkt, ich habe ihr nicht gesagt, dass Markus im Bunker ist. Das wusste ich ja auch einfach noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Frau Drein hat morgens in der Früh schon bei meinen Eltern angerufen. Ja, sie hat halt gesagt, dass Markus nicht da ist. Sie hat sich natürlich Sorgen gemacht. Und ja, ich konnte ja nichts von der Bunker-Party erzählen, weil das ist ja auch nicht erlaubt, halt so eine Party zu machen. Und ja, ich habe halt gedacht, der Markus wird schon wieder auftauchen, dass er halt beim Sebastian ist oder so. Haben Sie ihr dann doch noch von dieser Party erzählt? Ja, also, also irgendwann hat der Sebastian auch angerufen und gefragt, ob ich irgendwas wüsste. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mir Sorgen zu machen. Dann habe ich Frau Drein angerufen und ihr von der Party im Bunker und im Wald erzählt. Und sie ist dann halt auch direkt in den Wald gefahren, wo der Markus war, also wo er dann gefunden wurde. Aber trotzdem, ich selbst wusste wirklich nicht, wo der Markus war. Herr Vorsitzender, Entschuldigung, die kleine Störung. Ich habe schon gesehen, das ist die Frau Ruppen. Sie ist Rechtshefin darin in meiner Kanzlei und sie hat für mich zu dem Zweite Weltkriegsbunker einige Informationen herausgesucht. Wäre es möglich, dass wir uns ganz kurz besprechen? Ja, dann bitte, klar. Danke. Gut, dann kann ich auch gar mal telefonieren, weil offensichtlich dauert es heute ein bisschen. Hallo, Frau Ruppen. Hallo, ich habe im Rundschaftsamt, ja, das ist der Grundriss des Bunkers. Können Sie sich das mal anschauen, hier. Der wurde vor drei Jahren gezeichnet, dieser Grundriss. Hier ist die Mauer gar nicht eingezeichnet, in dem das Loch ist. Klasse. Das heißt, diese Mauer müsste in den letzten drei Jahren erst gebaut worden sein. Vielen Dank, das haben Sie großartig gemacht. Gerne. Gerne. Genau, das ist der Fall für Übermauern. Rauslegen und mir einfach auf den Schreibtisch legen. Dankeschön. Sind Sie soweit? Ja. Ja. Darf man erfahren, was an dem Bunker so interessant ist? Ich erkläre Ihnen das am besten anhand der Fotos. Wenn Sie sich hier drüben das Foto ansehen, das die Polizei gemacht hat, nach der Auffindung von dem Herrn Traien. Ja. Da erkennen Sie hier im Hintergrund eine Mauer. Ja. Und hier im unteren Bereich der Mauer befindet sich ein großes Loch. Und wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit den Partyfotos, die gemacht wurden, da sehen Sie ganz deutlich, dass am Abend vorher, das ist hier dieselbe Mauer, da noch kein Loch war. Und denken Sie, dass dieses Loch und die fehlenden Steine irgendwas mit dem Tod von Herrn Traien zu tun haben könnten? Da bin ich mir sicher. Hallo Frau, eine Frage. Sie arbeiten doch für den Anwalt Vorländer. Ja, ich bin seine Rechtsreferendarin. Das ist gut, ich habe nämlich Informationen für ihn. Für Herrn Vorländer? Und er ist gerade in einer Verhandlung. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, ich bin mir sicher, dass Sie mir helfen können, oder? Noch besser, ähm, ich Ihnen. Aber das sollten wir lieber in Ihrem Wagen besprechen. Also ich glaube, was Sie mir zu sagen haben, können Sie mir bestimmt auch so sagen. Nein, 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 nein. Ich will nicht, dass es jemand mitbekommt. Was ich weiß, das ist schon für mich gefährlich genug. Ich möchte Sie nicht auch noch in Gefahr bringen. Wissen Sie, es geht um den Prozess oben. Ja, aber ich glaube, das könnten wir schon in der Kanzlei besser besprechen oder die Polizei rufen. Nein, ich bin nicht den ganzen langen Weg hierher gekommen. Ich will jetzt, dass wir das gleich besprechen. Und dann steigen Sie ein, bitte. Noch Fragen an den Herrn Plank? Keine. Herr Plank, dann bleiben Sie unvereidigt. Dürfen Sie bitte einen Platz nehmen. Der Zeuge Leonhard Diederich, bitte. Danke schön. Ja, die Fesseln können Sie ihm abnehmen während der Vernehmung. Danke. So, nehmen Sie mal Platz, Herr Diederich. Sie sind heute hier als Zeuge. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit der Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Leonard Diederich, 25 Jahre alt, derzeit in Strafhaft in der JVA München-Schadlheim. Ledig, gelandter Bäcker. Verwandt oder Verschwärmung mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Wie Sie wissen, wird dem Angeklagten vorgeworfen, in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2009, den Schüler Markus Drein mit dieser Holzlatte hier getötet zu haben. Sind Sie befreundet mit dem Angeklagten? Ja, das ist richtig. Wir saßen in derselben Abiturklasse bei Herrn Steuerer. Der Steuerer bereitet uns aufs Abitur vor dem Knast. Jetzt kennen Sie ja den Angeklagten schon länger. Würden Sie sagen, während seiner Haftzeit hat er sich verändert? Total. Ich meine, er war am Anfang der totale Nazi. Und ich war auch richtig angepisst, dass er sich neben mich gesetzt hat. Aber ich habe halt gedacht, einmal Nazi, immer Nazi. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, Tag für Tag über die Jahre, der hat sich so verändert. Heute hilft er den Leuten im Knast. Sogar ein Ausländer hilft er, wenn er irgendeinen Brief schreiben muss oder sonst irgendwas. Was auch von der Gewalt ist, hat er total abgekommen. Also völlig weg. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen gerne eine Geschichte drüber. Gut, wenn Sie uns weiter bei Ihnen kommen. Das ist eigentlich ganz einfach. Also wir haben einen Neuen gekriegt hier im Knast. Und das war so ein kleiner Giftswerk einfach so. Immer eine Riesenklappe, nicht besonders groß, einfach ein Würstchen so. Und ich muss ehrlich sagen, er hat von Anfang an versucht, den zu provozieren. Und hat sich vor ihm aufgebaut und hat ihn geschubst und gerempelt und alles Mögliche. Aber er hat sich nichts anmerken lassen. Er ist ganz cool geblieben, aber irgendwann kam es dann auf die Spitze. Er hat eine Milchtüte genommen und hat sie ihm einfach über den Kopf geschüttet. Einfach so. Und wir standen alle da und haben gedacht, puh, jetzt wird es losgehen. Aber ganz im Gegenteil. Der Roland, der hat sich das Gesicht abgewischt, hat sich umgedreht und ist einfach weggegangen. Na, wie ich vorhin schon erklärt habe, hat sich mein Mandant komplett von der Gewalt abgewandt. Aber völlig, kann ich nur bestätigen. Ich meine, der Junge hat sich so im Griff mittlerweile. Ja, und ist ja auch logisch. Ich meine, der hat so viel verpasst von seinem Leben. Und wenn er rauskommt, will er bestimmt nicht nochmal rein in den Knast. Ja, wie stellt sich denn der Angeklagte seine Zukunft vor? Wissen Sie das? Ja, wie man sich halt so eine Zukunft vorstellt. Ich meine, eine kleine, putzige Familie, eine schöne Braut zu Hause. Und ein bisschen gutes Einkommen, dass man sich vielleicht noch das ein oder andere Mal in Urlaub leisten kann im Jahr. Hat er Ihnen auch erzählt, mit wem er sich eine Familie wünscht? Ja, er hat mir mal von so einem Mädchen erzählt. Ja, ich... Die Eva hieß die, glaube ich. Ja, die müsste gewesen sein. Ich habe mal ein Foto von ihr gesehen. Und er hat auch gesagt, es wäre die einzige Frau, die er sofort heiraten würde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er dann rauskommt, dass es da Probleme gegeben hätte. Weil sie hat ja immerhin davon nichts gewusst. Und bestimmt hätte es dann irgendwie Komplikationen gegeben oder sonst irgendwas. Aber eigentlich, ich habe es auch nicht wirklich so jetzt als Problem empfunden oder sonst irgendwas. Ja, sie vielleicht nicht, aber... Ja, gut. Ich meine, das ist ja klar. Dass er nicht will, dass es gleich jeder weiß. Ich meine, ist doch logisch. Und stellen Sie sich mal vor, jeder wüsste, dass du früher voll der Nazi warst und einen umgebracht hast. Und natürlich wollte er, dass es nicht jeder weiß. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er ums Verrecken einfach auch nicht wollte, dass sie das genau mitkriegt. Ums Verrecken also nicht wollte. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Nein, Sie wollen jetzt... Nein, nein, nein. Ich habe es rein aus Redewendung gemeint. Also nicht, dass Sie jetzt denken, er hätte irgendjemanden umbringen können oder sonst irgendwas. Das habe ich nicht gemeint. Da haben Sie mich falsch verstanden. Ja, was haben Sie denn gemeint, was er bereit war zu tun, um sein Geheimnis zu bewahren? Naja. Wenn wir es auf den Punkt bringen. Was man halt so macht. Was man so macht und was? Ich meine, er hat sich zum Beispiel sein ganzes Geld, was er hatte, hat er alles nur ausgegeben, um sie anzurufen. Und ich meine, er hat halt nicht gewollt, dass sie irgendwie auf die Idee kommt, ihn mal anrufen zu können bei seinen Eltern oder so. Weil sie hat es ja auch nicht gewusst. Naja, das ist ja jetzt wieder ein bisschen harmlos. Ja, also angerufen und sein Geld dafür ausgegeben. Ich möchte von Ihnen wissen, Sie haben doch gerade erzählt, dass er alles getan hat, um zu verhindern, dass Eva Heise die Wahrheit über ihn erfährt. Das hat das mit Telefonaten zu tun. Ist doch klar, sonst denken Sie, dass er diesen Spocko da am Rad umgebracht hätte oder so. Aber das war nicht so. Außerdem haben sich die ja auch gut verstanden. Also zum einen fände ich es schön, wenn Sie über den Getöteten ein bisschen aspektvoller reden würden. Da sitzt seine Mutter nebenbei. Dann sagen Sie gerade, die haben sich verstanden. Woher wissen Sie das? Ja, er hat mir halt erzählt, dass sie sich ein paar Mal getroffen haben. Gerade wenn sein Mädchen nicht dabei war. Einfach auf ein Bier, wie man sich halt so trifft. Und einfach Kumpel halt. Aber stimmt das denn, dass Sie sich auch mal so mit Markus dahin getroffen haben? Er war mal auf einer Party und da hat er mich angerufen und gefragt, ob ich vorbeikommen will. Und wir haben auch mal was zusammen getrunken. Die Deutschen müssen doch zusammenhalten, oder? Die Deutschen müssen mal zusammenhalten. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir von diesem braunen Dreck, wie Sie es vorhin genannt haben, losgekommen sind, oder Herr Bauer? Was hat das jetzt mit einer Neonazie? Die Deutschen müssen zusammenhalten. Ja, und? Müssen wir das nicht? Das hat trotzdem nichts mit einer Neonazie-Frage-Hein zu tun. Ah, Herr Vorsitzender, es ist Frau Rupp, die gerade eben schon mal da war. Ist es in Ordnung, wenn ich den Anruf annehme? Es ist sicher irgendwas Wichtiges, denn sie weiß ja, dass ich hier in der Verhandlung bin. Aber dann versuchen Sie es kurz zu fassen. Vielen Dank. Vorländer? Ja, was gibt's denn? Soll zu Ihnen kommen? Jetzt gleich? Aber ich bin doch in der Verhandlung. Okay, also, ich versuche so bald wie möglich zu kommen, ja? Danke. Was gibt's denn? Die Frau Rupp hat mir gerade gesagt, dass sie ganz, ganz wichtige Informationen hat, die dieses Verfahren betreffen. Wäre es vielleicht möglich, dass wir kurz für zehn Minuten unterbrechen, dass ich Sie nochmal sprechen kann? Ich würde der Sache gerne nachgehen. Also es geht wirklich um Erkenntnisse, die jetzt dieses Verfahren hier betreffen? Ganz genau. Sie sagten, zehn Minuten brauchen Sie ungefähr? Ja. Gut, also dann geht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird für 20 Minuten unterbrochen. Vielen Dank. Ich muss nur kurz in die Tiefgarage und bin dann gleich wieder zurück. Nee. Was gibt's denn so wichtiges, Frau Rupp? Mich gibt es und jetzt losfahren. Was wird hier gespielt? Ja, was meinst du, du hast es mit einer Kaffeefahrt? Ich verkauf dir gleich mal ein paar Heißsäcken. Schön hier geblieben, Täubchen. So haben wir nicht gewettet. Und jetzt losfahren. Ich, Herbert, Herbert, hier stimmt irgendwas nicht. Herbert, da ist eine Frau entführt worden. Doch, doch. Sie ist in ein Auto gezogen worden. Mann, ja, genau, Polizei, Polizei. Ich suche einen Polizisten. Hier muss ja irgendwo einer sein. So, und wo ist denn der Herr Verteidiger? Ja, der wollte ja in die Tiefgarage, ne? Ja, und seitdem haben Sie nichts mehr von ihm mitbekommen, oder wie? Nein. Herr Staatsweid? Ja, Vorsitzender, ich bin wirklich auch überrascht. Normalerweise ist der Herr Vorländer absolut pünktlich. Also, ich bin mir auch sicher, wenn er nicht da ist, dann hat er einen guten Grund dafür. Nun wird Ihnen ja ein Verbrechen vorgeworfen. Bei einem Verbrechen darf ich überhaupt nicht ohne einen Verteidiger weiterverhandeln. Können wir im Moment nichts machen. Dann würde ich einfach sagen, dann bleibt die Hauptfangenheit weiter und für eine weitere halbe Stunde unterbrochen. Herr Vorsitzender, einen Moment bitte. Ja. Ich bitte um Entschuldigung, aber draußen steht eine Dame, die behauptet, sie hätte in der Tiefgarage eine Entführung beobachten können. Bitte schön. Ja. Oder ist irgendwas eventuell? Das könnte vielleicht einen Zusammenhang zwischen der Entführung und dem Verschwinden und dem Fehlenden, was dann Verteidiger ist. Dann schicken Sie die Frau doch bitte mal zu mir ins Büro, ja? Mach ich sofort. Der hat Sie in ein Auto gezogen und dann ist das Auto losgefahren und auf dem Fahrersitz. Da war noch ein anderer Mann, der hat eine Glatze. Also nach Ihrer Personenbeschreibung müssen wir tatsächlich davon ausgehen, dass es da Rechtsanwalt Vorländer und seine Referendarin waren. Und der andere Mann, der die Frau wieder zurück ins Auto gezogen hat. Den habe ich nicht richtig erkannt. Aber meinen Sie wirklich, das war eine richtige Entführung? Weil ich bin total zittrig. Und was, wenn der Mann mich gesehen hat? Also Frau Vogel, jetzt machen Sie sich mal nicht allzu viel Sorgen, ja? Die Polizei wird sich um Sie kümmern. Da verspreche ich Ihnen alles. Sie warten jetzt mal draußen. Ich bringe Sie gerade raus. Herzlichen Dank soweit erst mal, ja? Ich bringe Sie zur Frau Jung raus und erwarten Sie mal bitte, bis die Polizeibeamten da sind. Okay. Also, danke erst mal. Danke. Ja, Herr Körg, der HZ, Herr Vorländer und Frau Vogel sind offensichtlich entführt worden. Also dann war der Herr Vorländer tatsächlich eine brisante Sache auf der Spur. Na, welche? Da vorne links! Ich will jetzt endlich wissen, was Sie von uns wollen. Dann können wir Ihnen auch nicht helfen. Du hältst dich wohl für oberschlau. Meinst du, ich merke nicht, dass du mich die ganze Zeit nur einlullen willst? Ich will jetzt endlich wissen, warum Sie uns entführen. Was meinst du wohl? Was meinst du wohl? Meine verdammten Steine will ich wieder haben. Ja, jetzt klingelt's wohl. Ja, jetzt klingelt's wohl. Ich sag euch was. Wenn ich nicht meine Diamanten zurückbekomme, dann mach ich zuerst Sie und dann dich fertig. Ja, vielen Dank. Und jetzt klingelt's wohl, nach welchem Fahrzug wir fahren müssen. Wir versuchen, dass wir versuchen, dass die beiden möglichst schnell wieder gefunden werden. Gut. Vielleicht ist es am besten, Sie würden sich auch mal die Unterlagen, die die Referendarin bezüglich dieses Punkters mitgebracht hat, schon mal genauer ansehen. Vielleicht ist da auch noch irgendein Anhaltspunkt drin. Sehr gute Idee. Der Termin morgen bleibt aber. Ja, selbstverständlich. Fortsetzung morgen 16 Uhr, das bleibt so. Und vielleicht wissen wir ja bis dahin, ob euch zum Vorländer wieder aufgetaucht ist.